herzlich willkommen bei wein am limit mein name ist hendrik thoma ich bin euer gastgeber in dieser kleinen wein video show und worum geht es bei wein am limit es geht darum vor allen dingen um passion es geht um leidenschaft es geht um menschen die spaß haben am wein mehr und weniger es geht um meinung es geht um austausch es geht um dialog es geht um social media aber es geht vor allen dingen auch um mehr spaß im glas dafür bin ich da und ich freue mich wirklich über jeden kommentar den ich hier auf der seite bekomme die werden alle gelesen nicht alle werden beantwortet aber die meisten oder viele werden beantwortet und ansonsten würde ich mich freuen wenn ich euch bald zum kreise der wall inauten zählen darf deswegen wer sich für weinen wirklich interessiert und ein bisschen mehr wissen möchte zu diesem wunderschönen thema der sollte am besten dranbleiben also von daher wir sehen uns bis dahin ciao